Liebe Moosburger, ich hoffe, Sie haben alle schon Ihren Traumprinzen bzw. die perfekte Partnerin gefunden und ganz tolle Liebesgeschichten zu erzählen. Wir suchen die beste Liebesgeschichte hier in Moosburg am Valentinstag, den 14. Februar zwischen halb elf und halb zwölf, ganz zentral im Blumenzauber am Rathaus. Für die Damen gibt es zusätzlich natürlich noch eine der vielen bunten, tollen Rosen hier geschenkt und das Paar, dessen Geschichte uns am meisten überzeugt, hat noch eine ganz tolle Überraschung zu erwarten. Das Gewinnerpaar darf sich freuen auf ein Luxuswochenende mit Vollpension im viereinhalb Sterne Ressort Ebnerswaldhof am Fuschelsee in Österreich. Also kommen Sie vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich auf Ihre Geschichten. Ich freue mich auf Ihre Geschichten.